Mehr Sicherheit bei der Digitalisierung fordert der Prüfkonzern DEKRA. Für das Stuttgarter Unternehmen seien die Vorteile zwar unbestritten, doch noch gäbe es zu viele Negativschlagzeilen, wie beispielsweise Datenklau oder Todesfälle mit autonomen Fahrzeugen. Es gibt zu wenig Regulatoren und gesetzliche Vorschriften derzeit, wie wir solche Geräte der Zukunft testen können und dürfen. Die Fahrzeugprüfer fordern deshalb unter anderem international abgestimmte Sicherheitsstandards. DEKRA selbst hat im vergangenen Jahr 150 Millionen Euro investiert, vor allem in die Stärkung der digitalen Prüfkompetenz.